Auf was freut ihr euch am meisten am Judentag? Ich find's cool, dass Ararat kommt. Also einmal der Band-Contest ist eigentlich ziemlich interessant. Die ganzen und wir Leute und ich hoffe, dass irgendjemanden trefft den Stern. Dann wahrscheinlich noch der Gottesdienst, vor allem auch noch drauf. Die gute Stimmung, die hier macht. Was ist deine Frage? Meine Frage? Wie tief ist der Bodensee, wollte ich schon immer mal wissen. Meine Frage ist, wie wird's heute? Wird das Wetter heute so gut werden, dass ich meinen Pullover zuhause hätte lassen können? Wie kann ich meinen SWK gestalten? Wann gibt's Essen? Was hast du heute alles auf dem Jugendtag so gemacht? Also, erst war ich mit dem Zug, bin ich hergefahren und dann war ich erstmal hier bei der Predigt. Erst waren wir bei der Auftakt-Besammlung und dann haben wir beim Teen-Bands zugeschaut. Und was hab ich dann gemacht? Und dann bei dem Roller-Steak und jetzt sind wir hier. Ja! Wie war der Tag so gesamt für dich? Es war richtig viel los. Es war richtig schön. Ja, war cool. Es hat viele Leute getroffen, die man kennt und auch eben ganz neue Leute. Und es ist einfach krass, wie viele insgesamt da sind. Also, super Atmosphäre. Die Gemeinschaft zu teilen. Es ist schon immer, was neu wieder schön ist. Ja, erlebenswert auf jeden Fall. Ja. Ach so, am Fechten kommt ja noch. Jetzt kommt ja noch Abschluss. Jetzt ist ja eine Blackbox hier, ne? Das große Geheimnis. Was denkst du da spielt heute ab? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja. Ah nee, ganz klar. So Rappen. Second team. Second team.